Ja, genau. Ja, so hat Gerald das auch gemeint von Anfang an, ne? Genau. Gut, dann hätten wir schon fertig gehabt. Geht raus. Ja, der Hund ist. Ja, was ist das? Ja, was legt denn hier auf? Na, wacht noch mal, ey. Wurft ihr nicht ins Wasser fallen? Kinder, Frauen zuletzt. Ja, wollte ich auch das sagen. Ja, die müssen alle in die Leine losschneiden. Dann haben wir noch Spaß heute Abend. Dann können wir die Nordrücken auch fischen. Wir brauchen ein großes Messer. Soll ich den Knoten jetzt losmachen hier? Ach, Mann. In Nordrücken fechten sie, holen wir euch wieder auf.